Wenn die Leute nicht so oft falsch liegen würden, dann wären wir nicht so verdammt reich. Eins von vielen Zitaten von Charlie Munger, ein großer Investor und der Partner von Warren Buffett bekanntermaßen. Jetzt ist Charlie Munger gestorben. Das ist sehr bitter und ich werde jetzt versuchen in diesem Video, dass ich das, was er gesagt hat und gemacht hat und wofür er auch stand, dass ich das würdige. Man kann da, glaube ich, einiges mitnehmen als Anleger, aber auch als Mensch. Warren Buffett und Charlie Munger. Jeder kennt sie. Sie waren immer da. Sie haben auch immer irgendwie zusammengehört. Sie sind ja beide aufgewachsen in der gleichen Stadt in Omaha, Nebraska. Sie haben zusammen dann Berkshire Hathaway aufgebaut, einen riesigen Investmentkonzern und das auch gegen jede Wahrscheinlichkeit. Das sind sie, links Charlie Munger, rechts Warren Buffett auf einer alten Fotografie oder hier ein bisschen später im Jahr 1956. Das hätten sie damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, was sie da noch alles hinstellen werden gemeinsam. Ein unschlagbares Team. Aber jetzt ist Warren Buffett leider alleine, weil Charlie Munger ist am Dienstag gestorben in einem Krankenhaus in Santa Barbara in Kalifornien, ein paar Wochen bevor er 100 Jahre alt geworden wäre. Er war bis zum Schluss Vize-Chairman von Berkshire Hathaway. Er hat bis zum Schluss auch immer wieder Interviews gegeben, hat sich dann auch geäußert zu Alibaba und zu anderen Aktien, die er gehabt hat. Das war sicher auch eins von seinen Geheimnissen, warum er so alt geworden ist oder so erfolgreich geworden ist. Er war einfach immer mit Leidenschaft dabei und ist ja anscheinend auch nie auf die Idee gekommen, dass er irgendwann auch mal aufhören könnte. Und ich will jetzt gar nicht großartig eingehen, was er alles für Aktien gehabt hat oder warum er die jetzt auch gehabt hat. Dazu gibt es wahrscheinlich in ein paar Tagen hunderte von Videos hier, die Sie sich dann anschauen können, inklusive welcher Aktien er dann auch als nächstes kaufen würde. Das Übliche also. Hier jetzt vielleicht noch mal ein paar grundlegende Sachen. Warren Buffett und Charlie Munger. Wie gesagt, sie sind ja in der gleichen Stadt aufgewachsen. Charlie Munger hat sogar mal gearbeitet in einem Lebensmittelmarkt, der dem Großvater von Warren Buffett gehört hat. Aber trotzdem, anscheinend haben sie sich nicht großartig gekannt damals. Sie sind dann später zusammengebracht worden von jemandem und haben sich dann da auch mal getroffen und miteinander unterhalten. Und bei dem Gespräch sind sie dann nach ein paar Minuten schon lachend auf dem Boden gekugelt, sagen sie zumindest. Und danach haben sie dann ständig nur noch miteinander telefoniert und über Investments geredet. Und Warren Buffett hat dann anschließend Charlie Munger überredet, dass er seine Juristenlaufbahn hinschmeißt und dass er ins Investmentgeschäft geht. Und diesen Geist, den haben die beiden sich dann aber 60 Jahre lang erhalten können. Die Hauptversammlungen von Berkshire Hathaway, die waren immer legendär. Die Leute sind in Massen hingepilgert. Nicht nur, weil man da dann vielleicht was gelernt hat, sondern auch, weil sie immer sehr witzig waren. Warren Buffett und Charlie Munger, die haben sich da gegenseitig dann die Bälle zugeworfen und alle haben sich amüsiert. Und der Schlusssatz von Charlie Munger, der war dann immer, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das ist wahrscheinlich so das zweite Erfolgsgeheimnis. Man ist sehr wahrscheinlich dann besonders erfolgreich, wenn man auch Spaß zusammen hat und wenn man mit Leuten zusammenarbeiten kann, mit denen man sich einfach gut versteht und wo man die gemeinsame Vision auch hat. Und so ist dann alles seinen Weg gegangen. Man hat die zwei ja auch oft belächelt oder auch nicht ernst genommen oder vielleicht sogar beschimpft. Zwei alte Herren mit ihrer Old Economy immer, die gar nicht mehr verstehen, was eigentlich los ist inzwischen auf der Welt und die da immer nur rumreiten auf ihren komischen Prinzipien. Aber genau das war das Spannende. Berkshire Hathaway ist eben kein Hedgefonds, der irgendwann mal die eine große, geniale Wette gemacht hat, sondern es ist eine Gesellschaft, die langfristig investiert hat. Die haben ihren Stiefel immer durchgezogen, all die Jahrzehnte. Und sie sind heute eins der größten Unternehmen überhaupt. Mit einem Börsenwert von 785 Milliarden Dollar. Größer als Exxon, größer als Intel, größer als JP Morgan. Und das fasziniert die Leute dann natürlich doch. Und es gibt ja auch eine ganze Flut von Büchern und von Artikeln und alles Mögliche über die Strategie und das Vorgehen von Warren Buffett. Und das, was da jetzt wirklich von Warren Buffett war und das, was von Charlie Munger ist, das kann man im Nachhinein wahrscheinlich kaum noch sagen. Aber Warren Buffett hat immer wieder betont, ohne Charlie Munger hätte Berkshire Hathaway nicht funktioniert. Und wofür er sich immer ganz besonders bedankt hat bei Charlie Munger, das war, dass der ihn anscheinend irgendwann mal davon überzeugt hat, dass man für eine gute Aktie auch manchmal ein bisschen mehr hinlegen muss. Warren Buffett war am Anfang anscheinend ein unglaublicher Pfennigfuchser, ein Value-Extremist, also jemand, der nach ganz extremen Unterbewertungen gesucht hat. Und später sind dann aber eben auch so Investments dazugekommen wie McDonald's, Coca-Cola und so weiter. Und dann auch eben der berühmte Spruch, es ist besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem guten Preis zu kaufen, als ein gutes Unternehmen zu einem wunderbaren Preis. Und was anscheinend auch von Charlie Munger gekommen ist, das ist dieses berühmte Burggraben-Konzept. Ein Unternehmen ist dann gut, wenn es einen Burggraben hat, also wenn aus dem Geschäftsmodell klar ersichtlich ist, dass die Konkurrenten diesem Unternehmen auch in Zukunft sein Geschäft nicht wegnehmen können. Was man aber natürlich auch sagen muss, Worte und Taten, das ist bei Berkshire Hathaway oft ziemlich weit auseinandergegangen. Offiziell haben sie ja immer nur solide, langweilige Value-Aktien gekauft, aber ab und zu dann eben doch auch so Sachen wie zum Beispiel auf dem Höhepunkt der Finanzkrise für 5 Milliarden Dollar spezielle Goldman Sachs-Aktien plus dann nochmal Optionen für nochmal 5 Milliarden Dollar Goldman Sachs-Aktien. Oder der Einstieg bei BYD, dem chinesischen Elektroautobauer, im Jahr 2008 für 230 Millionen Dollar. Beides im Nachhinein brillant, ist klar, aber damals natürlich vogelwild. Das ist die BYD-Aktie. Warren Buffett hat da in letzter Zeit auch wieder Anteile verkauft, wo jetzt auch viele sagen, das ist aber kein gutes Zeichen. Warren Buffett glaubt anscheinend nicht mehr an BYD. Aber wenn man 2008 eingestiegen ist und sich die Aktie seit dem Ver-30-Facht hat, dann würde jeder wahrscheinlich auch mal was verkaufen. Und dieser Einstieg bei BYD, der geht anscheinend auch auf die Kappe von Charlie Munger. Der hat sich immer viel stärker als Warren Buffett auch für China-Aktien interessiert. Und mit seiner anderen Investmentgesellschaft, mit Daily Journal, da ist er letztes Jahr ja auch nochmal ganz dick bei Alibaba eingestiegen. Einen Teil davon hat er dieses Jahr dann wieder verkauft, weil es dann ja doch nicht so gut gelaufen ist bei Alibaba. Aber grundsätzlich hat er gesagt, gerade auch in letzter Zeit, China ist jetzt interessant, weil man da gute Unternehmen bekommt zu einem sehr guten Preis. Und er ist da eben auch investiert, auch in ein paar Unternehmen an den chinesischen Inlandbörsen. Also da, wo sich sonst kaum einer hintraut von den westlichen Investoren. Und darum ist Charlie Munger in China jetzt auch ganz besonders betrauert worden von den Leuten. Und das ist ein Bild hier von ihm 2010 mit dem BYD-Chef. Und hier sind die beiden nochmal links und rechts dann eben Warren Buffett und Bill Gates vor einem BYD, wie die damals ausgesehen haben. Und speziell für BYD war dieser Einstieg von Warren Buffett dann natürlich auch eine unglaubliche Aufwertung. Ein Ritterschlag sozusagen. Ich beschäftige mich jetzt auch seit ein paar Jahren schon mit Aktien. Aber seit ich das tue, Warren Buffett und Charlie Munger, die waren schon immer dabei. Die waren immer da. Anleger der alten Schule. Und egal, ob man denen jetzt nachgeeifert hat oder nicht. Aber sie haben die Leute ermuntert. Sie haben immer wieder gesagt, so schwer ist es nicht. Mach solide Sachen. Sei geduldig. Renn nicht jedem Quatsch hinterher. Und lasst euch nicht irre machen. Das wird schon alles. Und damit haben sie mit Sicherheit viele inspiriert und auch ermutigt, dass sie sich auch mal mit Aktien beschäftigen. Aber eben auf eine vernünftige Art und Weise. Sie haben die Leute aber natürlich auch ganz gern belehrt. Auch Charlie Munger. Und er war da oft auch widersprüchlich. Also auf der einen Seite hat er ja zugegeben, dass er in jungen Jahren wie ein Besessener versucht hat, reich zu werden. Und auf der anderen Seite hat er aber Leute verachtet auch. Die, die dem schnellen Geld hinterhergejagt sind. Und er hat auch den Konsum, den amerikanischen, letzten Endes verachtet. Also dass sich die Leute dauernd neue tolle Sachen kaufen müssen. Warren Buffett, der hat ja selber auch nie besonders viel Geld ausgegeben. Aber über Charlie Munger hat der mal gesagt, für Charlie Munger ist es schon Luxus, wenn er mal in einem klimatisierten Bus mitfährt. Und Charlie Munger hat das alles eben mal so erklärt. Es ist ihm beim Reichtum nie auf Ferradis oder sowas angekommen. Sondern es ging ihm um die Unabhängigkeit immer. Und darum hat er auch jedem immer gesagt, man muss sein Geld einfach zusammenhalten. Was hat er den Leuten sonst für Tipps gegeben? Wer glücklich 99 Jahre alt werden will, der muss ab und zu mal ein Stück Erdnusskrokant essen. Außerdem, er war sehr wissbegierig, sehr lernbegierig bis ins hohe Alter. Er hat sich für viel interessiert, nicht nur für Wirtschaft. Er hat auch gesagt, man soll jeden Tag ein bisschen klüger ins Bett gehen, als man aufgestanden ist. Dann sei man auch ein erfolgreicherer Investor. Und er hat immer gesagt, er hat versucht, immer heiter zu sein. Heiter, ohne Neid und ohne Groll. Das ist ihm sicher auch nicht immer leicht gefallen. Er hat als Jugendlicher in der großen Depression zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen für fast nichts. Einer seiner Söhne ist als Kind an Krebs gestorben. Er war zweimal verheiratet. Beide Frauen sind gestorben. Und er hat auch grauen Starr gehabt und hat dadurch ein Auge verloren. Trotzdem, er war meistens heiter und er hat eben auch vieles relativ gelassen gesehen. Und in einer von den letzten Hauptversammlungen, da hat er mal gesagt, wenn ich optimistisch sein kann, obwohl ich schon fast tot bin, dann könnt ihr alle doch auch ein bisschen mit ein bisschen Inflation fertig werden. Es gibt hier auf YouTube auch ein Video mit den besten Momenten auf den Hauptversammlungen. His best jokes. Ich stelle Ihnen den Link darauf hier auch mal rein. Das, seine Heiterkeit und seine Neugier auf alles, das war wahrscheinlich sein größtes Erfolgsgeheimnis. Aber es ging eben auch nie nur um Erfolg. Und auch das hat er mal gesagt, mitten in einer Hauptversammlung. Einfach so. Wenn alles, was man erreicht hat im Leben, das ist, dass man früh reich geworden ist durch das passive Halten von irgendwelchen Papieren. Und wenn man nur darin sein ganzes Leben immer noch besser geworden ist, dann ist das Leben gescheitert. Auch dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Außer vielleicht dem Hinweis auf mein Kanalabo, aber auch den schenke ich mir heute mal. Charlie Munger war ein ganz besonderer Mensch. Halten wir sein Andenken in Ehren. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.